Wie verlief dein Outing persönlich, auch in der Familie? Mein Outing ist noch gar nicht lange her, das war dieses Jahr und ich bin auch schon 23. Ich habe es meinen Eltern einfach irgendwann gesagt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Meine restliche Familie weiß es noch gar nicht so richtig, aber nach heute, glaube ich, wissen es alle. War das dann auch ein sehr psychischer Druck, der auf dich gelastet hat die ganzen Jahre? Weil man wusste das ja wahrscheinlich schon länger. Ja, also ich weiß das schon, seit ich eingeschult wurde, in die weiterführende Schule eigentlich, seit über 10 Jahren schon. Klar, das ist ein Megadruck, das immer so zu verstecken, aber irgendwann muss es einfach raus. Bei mir muss es jetzt einfach raus und ich fühle mich auch mega wohl jetzt hier heute.